Die Perfect Day Cream ist ideal für dich, wenn deine Haut normal bis fettig, aber auch sensibel und feuchtigkeitsarm ist. Die Perfect Day Cream ist extra dafür gemacht, dass sie deiner Haut nachhaltig sehr viel Feuchtigkeit spendet und die Bio-Wirkstoffe, die wir in der Perfect Day verwenden, sind zum Beispiel Hibiskus, Magnolie, Sanddorn und eine besonders hochwertige Hyaluronsäure. Was bewirken diese Pflanzenextrakte? Hibiskus ist eine sogenannte Botox-Pflanze und glättet die feinen Muskulaturen der Haut und erhöht auch die Elastizität deiner Haut. Der Magnolien-Extrakt enthält Magnolol und Honokiol und das sind beides Wirkstoffe, die sehr stark entzündungslindernd in der Haut wirken und deine Haut über Nacht regenerieren, gerade auch was den Zellaufbau betrifft. Das Sanddornöl ist ein Wetterschutzöl, enthält viele Vitamine und schützt deine Haut vor den Umwelteinflüssen am Tag. Und diese besondere Hyaluronsäure, die wir verwenden, sie ist pflanzlicher Natur und biomimetisch hergestellt und ist sehr feinmolekular. Das heißt, sie dringt in deine tieferen Hautschichten ein und nimmt das Rosenhydrolat mit und speichert diese Feuchtigkeit in den tieferen Hautschichten. Oberflächlich sorgt sie dafür, dass die feinen Linien aufgefüllt werden und so bekommt deine Haut tagsüber einen besonders schönen Glow und einen strahlenden Effekt. Wie wendest du deine Perfect Day an? Du entnimmst mit diesem feinen Pumperer eine Einheit, das reicht in der Regel und cremst die Perfect Day dann in schönen kreisenden Bewegungen im Gesicht ein und vergiss auch die Pflege deines Halses nicht. So können die Wirkstoffe wirklich toll einziehen und deiner Haut den gewünschten Effekt schenken. So können die Wirkstoffe wirklich toll sein.